Hi Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Frank und ich grüße euch ganz herzlich hier aus Clinton in Connecticut und hoffe euch gefällt dieses Video. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch bitte ein Like, abonniert diesen Kanal und schaut euch das nächste mal wieder rein, wenn ich ein neues Video hoch lade. Nun, heute geht es um Fast Food und Essen in Amerika. Ich habe mal sämtliche Fast Food Ketten ausgebildet und möchte euch von meiner Erfahrung mal berichten. In Deutschland kennt man ja eigentlich nur hauptsächlich McDonalds und Burger King und in manchen Städten, also in Deutschland meine ich jetzt, da gibt es auch wie zum Beispiel in Essen, ja The Five Guys. The Five Guys ist in der Mall am Limbecker Platz zu finden in Essen jetzt und hier in den USA gibt es wesentlich mehr Auswahl an Fast Food Restaurants. Da gibt es zum Beispiel Dairy Queen, äh Dairy Queen, Chick Filet, Big Kahuna, Wendy's, Jack in the Box und so weiter. Ich spreche jetzt auch nur von Fast Food Restaurants, die Burger verkaufen. Ansonsten gibt es ja noch Chipotle, Taco Bell, Del Taco, Most Soft Press Grill und viel, viel, viel mehr. Das sind alles mexikanische Fast Food Ketten, wobei ich auch davon viele getestet habe. Aber kommen wir doch erst einmal zurück auf die ganzen Burger Bräter zu sprechen. Überraschend fand ich zum Beispiel, dass die Auswahl an verschiedenen Burgern bei McDonalds und Burger King in Deutschland größer ist als hier in den USA. Das wird aber in den USA durch die schiere Auswahl an verschiedenen Fast Food Ketten wieder ausgeglichen. Wusstet ihr eigentlich, dass der Royal TS aus Deutschland in den USA Quarter Pounder genannt wird? Er war in den 70er Jahren, ja die Antwort auf den Whopper bei Burger King, weil Burger King immer größere und schwerere Burger anbot als McDonalds. Der Werbeslogan für Burger King war lange Zeit, The Bigger The Better. Außerdem war Burger King immer damit, dass im Gegensatz zu McDonalds, wo die Pettys gebraten werden, die Burger bei Burger King auf einem Gasgrill gegrillt werden. Die Standard Pettys bei McDonalds wiegen ungefähr 45 Gramm, während die Pettys für den Quarter Pounder, also den Royal TS, ungefähr 113 Gramm wiegen. Die Standard Pettys bei Burger King wiegen in etwa 113 Gramm. Das ist also Standardgewicht. Es gibt jedoch auch kleinere und größere Varianten der Pettys jener Produkt, zum Beispiel wiegt das Pettys für den Whopper 113 Gramm und das Pettys für den Cheeseburger etwa 63 Gramm. Wie gesagt, bei McDonalds sind es nur 45 Gramm. Der Royal TS bzw. der Quarter Pounder bei McDonalds wiegt 101 Gramm. Der Whopper bei Burger King wiegt 136 Gramm. Das sind also mal 35 Gramm mehr. Burger King verzichtet bei all seinen Produkten auf Konservierungsstoffe. McDonalds hingegen verwendet viele Konservierungsstoffe, was die Produkte ewig halten lässt. Man kennt ja auch die Legenden und Fotos, wobei ein Amerikaner mal einen Burger von McDonalds in seiner Manteltasche vergessen hatte, den Mantel nach zwei Jahren wieder anzog und dann seinen vergessenen Burger vollständig erhalten wiederfand. Da war keine Spur von Schimmel zu sehen und der Burger sah so aus, als hätte man ihn gestern noch gekauft. Und um das mal zu zeigen, dieser Burger hier, der ist 10 Jahre alt. Genauso wie in Deutschland werden auch hier die Burger in Papier eingepackt. Interessant wird es bei den Getränken. Wenn man in Deutschland seine Getränke nur mit einem Papierstrohhalm bekommt, bekommt man hier in den USA immer Plastikstrohhalme. Außerdem bekommt man hier in den USA immer Free Refills. Das heißt also, man bezahlt sein Getränk nur einmal und kann dann jedes Mal seinen Becher selbst nachfüllen. Kostenlos und so oft man will. Die Becher selbst sind in den USA übrigens auch aus Papier, genauso wie in Deutschland. Bei McDonalds bekommt man übrigens Coca Cola und bei Burger King bekommt man Pepsi. Der bekannteste Kassenschlager bei Wendy's in den USA ist der Dave's Single Burger. Er ist nach dem Gründer von Wendy's, Dave Thomas, benannt und besteht aus einem Rindfleischpetit, Käse, Tomaten, Zwiebeln, Salat, Gurken, Senf und Ketchup. Der Burger ist vergleichbar mit dem Cheeseburger bei McDonalds und im Grunde nichts Besonderes. Aber wusstet ihr, dass das Logo von Wendy's die Visage der Tochter vom Gründer zeigt, die Wendy hieß? Und wenn man sich das Logo genau anschaut, dann sieht man auf dem Kragen des Mädchens den Schriftzug Mom geschrieben. Anders als bei Burger King und McDonalds werden die Burger in Alufolie verpackt und die Getränke kommen in einen Plastikbecher mit einem Plastikstrohhalm. Und so sehen die Becher aus. Und der Becher, der ist wirklich dick und stabil und ich habe meinen natürlich hier mit nach Hause genommen und gespült und verwendet den mehrmals, weil wie gesagt, der ist wirklich sehr stabil. Der bekannteste Klassiker bei Chick Filet ist der Chick Filet Chicken Sandwich. Dieses Sandwich besteht aus einem knusprigen Hähnchenfilet, das in einer würzigen Marinade eingelegt und in einer speziellen Panade gebraten wird. Das Filet wird dann mit Gurken, eingelegten Essig, Gurken, Tomaten und einem Hauch von Butter auf einem knusprigen Brötchen serviert. Und interessant hierbei ist, dass dieser Burger als Sandwich bezeichnet wird. Bei McDonalds zum Beispiel würde man das als einen Burger bezeichnen, wie zum Beispiel bei McChicken. Die Terminologie für Fastfoodprodukte kann von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein. Chick Filet verwendet den Begriff Sandwich für ihre Produkte, einschließlich ihres bekanntesten Sandwiches, dem Chick Filet Chicken Sandwich. Dies könnte auf die Art des Brots, das verwendet wird, für das Sandwich zurückzuführen sein. Und ja, da es oft ein weiches Brötchen wie ein Hamburger Brötchen ist. Aber es kann auch eine Marketingentscheidung sein, um sich von anderen Fastfoodketten zu unterscheiden. McDonalds hingegen hat sich dafür entschieden, ihre gebratenen Fleischprodukte immer Burger zu nennen, einschließlich des bekanntesten Produkts des Big Mac. Der Begriff Burger kann auf die Verwendung von Hackfleisch zurückzuführen sein, das für viele ihrer Produkte verwendet wird. Es kann auch eine Marketingentscheidung sein, um sich von anderen Fastfoodketten zu unterscheiden, oder den Fokus auf das Hackfleisch als Hauptzutat zu legen. Letztendlich hängt die Terminologie, die ein Fastfood-Unternehmen für seine Produkte verwendet, von einer Vielzahl von Faktoren ab, einschließlich der Art der verwendeten Zutaten, der Marketingstrategie und der Vorlieben der Verbraucher. Von allen Fastfoodketten kann ich persönlich sagen, dass mir der Burger bzw. das Sandwich von Chick Filet am besten geschmeckt hat. Hier wird der Burger in einer Styropor-Verpackung serviert, wie man das noch aus den 80ern in Deutschland bei McDonalds kannte. Da hatte man ja auch immer diese Styropor-Verpackung. Das Getränk kommt im Plastikbecher mit einem Plastik-Frohhalm. Chick Filet hat eine Partnerschaft mit Coca-Cola. Bei The Five Guys wird die Burger genauso wie in Deutschland, da unterscheidet sich gar nichts. Und genauso wie in Deutschland werden die Burger in Alufolie verpackt und die Getränke kommen in Papierbecher. Genauso wie bei McDonalds oder Burger King, aber kommen mit einem Plastik-Strohhalm. Auch The Five Guys hat eine Partnerschaft mit Coca-Cola. Hier in den USA gibt es gar keine Papierstrohhalme, wie in Deutschland jetzt. Hier sind die Strohhalme immer aus Plastik. Und ehrlich gesagt, bin ich sogar froh darum, denn Papierstrohhalme sind echt eklig. Erstens bleiben sie immer an den Lippen kleben und zweitens lösen sie sich viel zu schnell auf. Einer der bekanntesten und meistverkauften Burger von Jack in the Box ist der Jumbo Jack. Er besteht aus einem Rindfleisch-Patty, Salat, Tomaten, Zwiebeln, Essiggurken, Ketchup, Senf und Mayo auf einem gerösteten Brötchen. Der Jumbo Jack ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Speisekarte von Jack in the Box und er freut sich bei den Kunden größter Beliebtheit. Und ja, das ist wirklich ein sehr guter Burger. Und er wird in Papier gewickelt, genauso wie bei McDonalds oder Burger King. Das Getränk bei Jack in the Box ist weder Coca-Cola oder Pepsi, sondern da bekommt man Dr. Pepper. Meine Lieblingssorte von Dr. Pepper ist die mit Cherry, also mit Cherry Flavor Kirsche. Wobei ich aber sagen muss, dass die Flavors hier in den USA stärker sind als in Deutschland. Wenn man also Cherry Coke, Coke Vanilla und so weiter mit denen aus Deutschland vergleicht, dann sind die hier in den USA wesentlich ausgeprägter im Geschmack. Ich habe schon gerne Vanilla Coke in Deutschland getrunken, aber hier in den USA schmeckt mir das noch viel, viel besser. Und natürlich habe ich auch noch viele andere Fastfood-Ketten probiert, die Burger anbieten. Aber wenn ich jetzt von allen erzählen würde, dann könnte ich ein 3-Stunden-Video darüber machen. Das wäre zu viel. Abschließend zu diesem Thema möchte ich auch nur nochmal über drei bekannte mexikanische Fastfood-Ketten erzählen, die natürlich keine Hamburger anbieten. Zum einen Taco Bell, Chipotle und zum anderen Most Southwest Grill. In allen drei Ketten habe ich Tacos probiert. Obwohl Taco Bell vom Namen her wohl die bekannteste Kette ist, kann ich persönlich diese nicht empfehlen. Die Portionen sind lächerlich klein und zudem noch teuer. Ich fand auch, dass im Taco zu wenig Fleisch war und dafür zu viel Gemüse. Das einzig tolle Feature bei Tacos Bell fand ich, dass jedes Mal, wenn ein Kunde die Eingangstür öffnete, eine Glocke ertönte. Woher Tacos Bell wahrscheinlich auch seinen Namen her hat. Chipotle, ebenfalls eine mexikanische Kette, fand ich dagegen schon besser. Die Portionen waren in Ordnung, so dass man satt wurde und man bekam für sein Geld auch mehr Fleisch geboten. Ich fand auch, dass das Essen dort geschmacksintensiver war als bei Taco Bell. Aber wenn ich jetzt wirklich eine Empfehlung aussprechen sollte, dann würde ich Most Southwest Grill empfehlen. Dort fand ich die Tacos richtig gut. Die Preise fand ich in Bezug auf die Größe der Portion, dem vielen Fleisch und dem intensiven Geschmack wirklich angemessen. Ich musste mir sogar einen Teil meines Essens mit nach Hause nehmen, weil ich nicht alles im Restaurant essen konnte. Toll fand ich auch, dass man verschiedene Soßen in so kleine Becher abfüllen konnte, die ich dann halt mit nach Hause genommen habe. Und man kann da so viel machen, wie man will. Und die Burritos bei Most Southwest Grill sind richtig Hammer. Die esse ich genauso gerne wie die Döner, die ich in Deutschland so oft gegessen hatte. Und ja, zugegeben, die guten türkischen Döner, wie man aus Deutschland kennt, gibt es hier in Connecticut leider nicht. Und ich vermisse die auch manchmal. Anscheinend fehlt hier im Fleisch, ja, meinetwegen der Kreuzkümmel oder so, der dem Döner diesen charakteristischen Geschmack verleiht. Hier gibt es zwei Döner, zumindest wird es so genannt, aber es schmeckt hier nicht so gut wie bei Türken in Deutschland. In diesem Sinne, die USA braucht unbedingt ein paar gute Türken. Auch habe ich hier viele Pizzaketten getestet, wie zum Beispiel Pizza Hut, Domino's, Little Caesars, Marcus Pizza, Papa John's. Und ja, natürlich gibt es da noch viel mehr, aber meine Favoriten sind halt Domino's und Pizza Hut. Aber auch da muss ich anmerken, dass die meisten Pizzen mit einer Salami im Italian Style gemacht werden, die anders schmeckt als die typische Salami, die man in Deutschland so kennt. Wenn man eher auf traditionelle Salami steht, wie man sie aus Deutschland kennt, dann sollte man besser bei Pizza Hut essen, denn da kommt es dem sehr nah. Übrigens heißt es hier auch nicht Salami Pizza, sondern Salami Pizza wird hier Pepperoni Pizza genannt. Und jetzt fragt mich nicht, warum Amerikaner Salami Pizza Pepperoni Pizza nennen. Wenn man hingegen eine scharfe Pizza hier haben möchte, also eine Pepperoni Pizza im deutschen Sinne, dann bestellt man eine Pizza mit Hot Peppers. Im Übrigen sind die meisten Pizzen hier nicht mit einem dünnen Boden, wie man in Deutschland meist kennt, sondern haben einen ziemlich dicken Boden und können sogar mit Käse noch befüllt sein. Aber wenn man wirklich richtig typisch amerikanisch essen gehen will, dann empfehle ich in einen klassischen Diner zu gehen. Ich bin oft und gerne dort zum Frühstück mit meiner Frau. Und letztlich möchte ich euch noch auf ein paar kleine kulturelle Unterschiede hinweisen. In Deutschland gehört es ja zu den höflichen Geflohenheiten, dass man gemeinsam zu essen beginnt. Das gibt es hier in den USA gar nicht. Die meisten Menschen essen, sobald der Teller auf dem Tisch steht. Und anders als in Deutschland trifft man sich in einem Restaurant nicht, um dort eine gemeinsame Zeit zu verbringen, sondern man geht nur dorthin, um seinen Hunger zu stillen und bricht dann danach auf, um irgendwo woanders seine Zeit zu verbringen. Deshalb sind manche, ja, deshalb sind manchmal die amerikanischen Kellner ein bisschen irritiert, wenn deutsche Touristen da stundenlang im Restaurant sitzen. Das kennt man hier so gar nicht. Okay, ich hoffe euch hat dieser kleine Einblick hier gefallen. Und wenn euch das gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like, abonniert diesen Kanal und schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn ich ein neues Video hoch lade. Wie gesagt, ich grüße euch hier ganz herzlich aus Clinton in Connecticut und verbleibe mit besten Grüßen. Peace, euer Frank.